I-G-I-T Henry Ich mag keinen Sellerie und Karotten, die sind... Sehr gesund Henry, das nimmst du mit, sonst ist der Schulausflug gestrichen und das Eis somit ebenfalls Erpressung von meinem eigenen Vater Wir besichtigen heute nämlich die Frost-Eisfabrik Da hab ich's besser als Peter, er geht mit seiner Klasse nur ins langweilige städtische Museum Du machst mir alles nach Du hast das gleiche T-Shirt wie ich an, zieh es aus Mama hat gesagt, ich darf anziehen, was ich will und ich will das hier anziehen Ach ja? Sei nicht so gemein, Henry Oder du verbringst den Rest des Tages auf deinem Zimmer Ach, aber ich will nicht, dass er das gleiche anhat wie ich Henry, stell dich bitte nicht so an, das merkt doch gar keiner Gut, es muss ja nicht gleich jeder wissen, dass wir verwandt sind Henry, beeil dich! Setzt euch hin! Also, es gab leider eine Planänderung Die Eiscreme-Fabrik ist heute geschlossen Und deshalb sehen wir uns stattdessen Wir sehen das Museum an Das Museum? Nein! Ihr werdet es wohl noch aushalten können Und setzt euch bitte alle auf euren Hosenboden Gehen wir doch woanders hin Museen sind doch voll langweilig Guten Morgen Kinder, ich heiße euch ganz herzlich willkommen Und ich bin Frau Knirsch K-N-I-R-S-C-H Ich habe heute das Vergnügen, eure Museumsführerin zu sein Und euch alles zu zeigen Ich will die Dinosaurier sehen Ich auch Ich fürchte, das ist leider nicht möglich Unsere neue Dinosaurier-Ausstellung ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen Und wo haben sie die eingeweckten Könige? Du bist mir ja ein aufgewecktes Kerlchen Eingeweckte Könige ist lustig Du meinst die Mumie aus dem alten Ägypten, nicht wahr? Uh, eine Mumie Unglücklicherweise musste die Halle mit der Sammlung aus dem alten Ägypten Für die Dinosaurier-Ausstellung geräumt werden Und ist deshalb ebenfalls für die Öffentlichkeit geschlossen Dann kommen wir eben wieder, wenn sie geöffnet ist Du bist hier, um etwas zu lernen, junger Mann Und für diejenigen, die unartig sind und sich nicht benehmen können Haben wir einen ganz besonderen Raum Und in den würde ich an deiner Stelle nicht wollen Folgt mir Kinder und nicht rennen Alle mal herhören Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung Und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren Gesamtlichen Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können Betrachten wir mal diese Erde Echter Nährboden von Mutter Natur Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte Sie lebt, sie leeeet Sehr witzig, junger Mann Aber genau das trifft zu Die Erde lebt Das war ein super Tag Pitchpatch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte Bert, du bist zum Tod lachen Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen Die Schule hat angerufen Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen Echt morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen 5,3 5,5 10 nach 8, Henry Du musst in die Schule Und ihr habt Schwimmunterricht Erzähl es keinem, Andi Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen Ein Hai? Ja Ein super intelligenter mutierter Hai Und er ist auf dem Weg hierher Also sei vorsichtig Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad Könnte ein Hai rumschwimmen Haie sind Salzwassertiere Die mögen kein Chlorwasser Ich mag auch kein Chlorwasser Und schwimmt trotzdem drin rum Hm, stimmt auch wieder Uah Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf Ich schwär mich ja erst auf Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter Also dann ab ins Becken mit euch Henry, sag bloß du hast Es tut mir leid Ich kann heute leider nicht schwimmen Weil ich Ich hab genug von deinen Ausreden Denn das langweilt Es ist mir schnurz egal Ob du Lebra oder die schwarze Bollenpest hast Du schwimmst heute Zieh dich um Sofort Das würde ich ja gern Aber äh Leider habe ich meine Badehose vergessen Ersatzbadehosen Nimm dir eine Sowas ziehe ich doch nicht an Ich weigere mich Die passt dir bestimmt Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen Ohne zu ertrinken Henry, Henry Er ist ein Angsthase, Herr Pitch Er hat Angst vor Wasser Gar nicht wahr Ich hab keine Angst Ha Ich Ich liebe Wasser Ich beweise es euch Henry, schwimm Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein Der kein Seepferdabzeichen hat Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben Vor einer trinkende Angsthase Profi Das reicht Schwimm, 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 schwimm So, 5 Meter locker geschafft Darf ich jetzt wieder raus? Henry, für wie blöd hältst du mich? Äh, ist das eine Fangfrage? Ich sagte schwimmen, nicht laufen Du bleibst auf der Nichtschwimmerseite und übst Und du steigst erst aus dem Wasser Wenn du das Seepferdabzeichen schaffst It's so easy being me Come on, Henry Sind die Männer bereit, Hauptmann? Ja, mein König Dann las zum Angriff Attacke! Feuer! Wie soll ich mit diesem popligen Schloss eine anständige Schlacht führen? Ich brauche ein ordentliches Schloss Nichts mehr drin Ich brauche mehr Geld! Ich brauche mehr Taschengeld 50 Cent die Woche ist ausreichend, Henry Ich bin mit meinem Taschengeld sehr zufrieden Ich spare sogar das meiste davon Von Peter könntest du eine Menge lernen, Henry Sei nicht so gemein, Henry! Jetzt reicht es mir, Henry Kein Taschengeld für eine Woche Was? Nein! Ich brauche aber ein neues Schloss Dann musst du eben dafür sparen, Henry Aber, aber wie soll ich denn sparen, wenn ihr mir kein Geld gebt? Du könntest es dir verdienen Verdienen? 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 Ihhh! Hör auf, Henry Kaputt Hat ein Loch Ein Schachspiel Für was halten die mich eigentlich? Ich brauche dringend noch mehr Sachen Hm, du siehst teuer aus Komm zu, Henry Riecht wie ein Baby, Po Hast du auch was zu essen? Nein Wie viel hast du denn schon eingenommen? 37 Cent Gib das her, wenn du es nicht kaufst Machst du einen Flohmarkt, Henry? Du kriegst aber auch alles mit, Alf Die Einnahmen sind für einen sehr guten Zweck Kinder in Not Henry! Das ist Mamas bestes Parfüm Ach, sie hat noch so viele Flaschen Eine vermisst sie schon nicht Der kostet 10 Euro Hm, ich gebe dir einen Na gut Das, das ist aber Papaschläge Jetzt hör schon auf zu meckern Sonst verkaufe ich dich Orangen Frische, saftige Orangen Wer gibt mir 5 Fäller für diesen schmächtigen Bauern? Er schrubbt die Böden, mistet den Stall aus Und er ist nur Schlamm Das ist es! Genau! Möchtest du dir etwas verdienen, Peter? Und wie? Ich könnte dich als Tina verkaufen Ich gebe dir 10 Cent dafür Ist das alles? Na schön 10 Cent am Tag Das macht 20 Cent für ein Wochenende Hm, in meine Sparpläne würde das schon reinpassen Also gut Ich mache es Super Setz dich auf die Mauer und sieh Arbeitswillig aus Okay Wer möchte sich einen Diener fürs Wochenende mieten? Er kostet nur 75 Cent am Tag Oder als Schnäppchen 1,50 Euro für zwei Tage Was macht er denn so? Alles was du willst Er ist ein Diener Gut, ich nehme ihn Ist bestimmt cool jemanden zu haben, der alles macht, was ich will Wieso bekomme ich nur 20 Cent, wenn dir Bert 1,50 Euro bezahlt? Äh, für Unkosten Und jetzt geh mit deinem neuen Besitzer mit Ist ja super Wenn ich Peter ausbezahlt habe, bleiben mir noch 2,67 Euro Das lässt sich noch ausbauen So easy, baby Come on, Henry Na, mein Geburtstagskind, freust du dich schon auf deine Party? Und wie? Wir spielen Fang das lustige Hippo Und tanzende Gänseblümchen und... Du bist den Clown nicht Oh ja, der Clown Wozu ein Clown? Du bist doch selbst einer Sei nicht so gemein, Henry Wenn er Geburtstag hat, wieso muss ich dann eigentlich baden? Jetzt ab mit dir und hilf deinem Vater bei den Geschenktüten Yippie, yippie, yippie Und ich muss ja noch den Geburtstagskuchen fertig machen Kuchen? Hm, das klingt schon besser Ich habe Bert eingeladen Ja! Damit du Gesellschaft hast, aber versprich mir, dass du dich benimmst, Henry Ja, Mama Ich nehme an, der Zwerg muss hin und wieder auch mal Geburtstag feiern dürfen Achtung, er kommt! Und jetzt! Ah! Ja, Party! Sam, Olli, Yippie! Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute, Peter. Danke, wie schön. Yippie! Tut mir leid, Sie dürfen hier nicht rein. Wir haben nämlich schon einen Clown. Ja, und der steht direkt vor meiner Nase. Gehen wir aus dem Weg. Wegen dieser Party verpasse ich meine Lieblingssendung. Wehe, das lohnt sich nicht. Bert, sieh dir das an. Der Kuchen ist bestimmt oberlecker. Der gehört mir. Den Kuchen gibt es erst nach der Clown-Vorstellung. Wo sind die Süßigkeiten? Henry, hast du Peters Geburtstagsgeschenk? Äh, ja. Es ist oben. Yippie! Ui, eine Hangpuppe! Danke, Ludwig! Schau, Mama, ich hab eine Taschenlampe bekommen, damit ich im Dunkeln Märchen lesen kann. Und selbstgestrickte Ohrenwärme, ein großes Blumenlexikon und eine Schachtel Verschwindibusschokolade von Laura. Verschwindibusschokolade? Ja! Die kann einfach verschwinden. Warte, bis Peter eine Ladung davon abkriegt. Hahaha! It's so easy being me. Come on, Henry! Nach dem Abendessen geht's ab in die Wanne. Nur ich, die Quietscheente und das Krokodil. Und Peter. Papa sagt, in diesem Haushalt wird zu viel Wasser verbraucht. Ab sofort badet ihr zusammen. Aber ich will nicht auf der Seite vom Wasserhahn sitzen. Es ist zu heiß! Neue Hausregel. Wer beim Wasserhahn sitzt, darf die Temperatur bestimmen. Ich sitze diesmal auf der Wasserhahnseite. Nein! Du nimmst du nicht! Ich bin dran! Ich sitze diesmal auf der Wasserhahnseite. Nein! Du nimmst du nicht! Ich bin dran! Oh nein! Oh! Oh nein! Papa beschließt, dass es doch keine so gute Idee war, uns zusammen baden zu lassen. Mama sagt, um 8 Uhr muss ich ins Bett. Aber um 8 geht doch kein Mensch ins Bett. Außer gute Bravi-Jungs, so wie der perfekte Peter. Und mein Freund Bert darf immer ins Bett gehen, wann er will. Mach dich bettfertig, Henry. Also mach ich das. Ich halte den Rekord als langsamster Zähneputzer der Welt. Ich sage, Papa, dass ich Hunger hab. Zu essen gibt's jetzt nichts mehr. Und dass ich Durst hab. Na gut. Ich hol dir ein Glas Wasser. Gute Nacht, Henry. Wenn ich König bin, dürfen alle Kinder so lange aufbleiben, wie sie wollen. Aber bis es so weit ist, muss ich mir eben was einfallen lassen. Henry? Mama, es ist zu hell! Komme! Mama, es ist zu dunkel! Papa, ich kann Mr. König finden. Ich glaub, ich hab ihn in der Küche gelassen. Gut, ich seh mal nach. Also warte ich. Und warte. Und warte. Muss man denn immer alles selber machen? Typisch. Sie sind nicht mal gekommen, um mich zuzudecken. Ich geh jetzt ins Bett! Fertig! Na endlich! Mal sehen, was die alte Streitachs dazu sagt. Mietze! Nein! 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 Nein!